Man muss nicht für alles Spezialist sein. Das muss man nicht. Wie diese, wie diese, diese Wein-Fanatiker. Sie machen mich wahnsinnig. Diese Wein-Fanatiker. Heute wird nicht mehr getrunken, nur man diskutiert. Ein, ein, muss sich doch äußern in einen Dicken in einem Glas. Das ist völlig meiner. Das riecht doch, das riecht doch, das riecht doch, das riecht doch, das ist doch älterlich, das ist doch Johannes, nee, nee, das ist, nee, das ist Holunder. Nein, aber ich riecht nach Schlauchbrot. Es ist doch scheißegal, scheißegal. Ein Vollrausch dauert heute Stunden, Stunden. Wenn jeder nicht mehr diskutiert und keiner mehr sauft, das ist doch unentwickelt. Was der Spezialist, wenn ich etwas zum ersten Mal sehe, wenn ich etwas zum ersten Mal sehe, so, wie ein Urwaldbewohner eine Cola-Flasche oder so, dann schaue ich mir das ja eh genau ran. Dann nehme ich mir viel Zeit, um diese neue Sache, diesen Zustand zu studieren. Ich nehme das in die Hand, in den Mund oder sonst wieder, aber dann kenne ich das. Fertig, abgehackt. Ob das jetzt das erste Matchbox-Auto ist oder die erste Frau. Bitte, bitte! Ab der zweiten Begegnung braucht man sich nicht ständig bei Details aufzeigen, die man ohnehin schon längst kennt. So sehe ich das ja. Wer ständig am Weg schaut, wird sein Ziel nie erreichen. Wie soll das gehen? Also kommen wir uns jetzt. Schauen Sie, ich will einfach, ich will einfach immer gesund sein, immer viel Geld haben und bis ins hohe Alter Sex haben. Das sind, das sind, das sind klare Ziele, das sind einfache Ziele. Ja, ich habe keine Sonderwünsche, habe ich nicht. Ich möchte, ich möchte eine erfolgreiche Frau, die immer geil ist. Ich möchte zwei Autos, ein schnelles und ein großes, schnelles. Ich möchte ein Haus mit Garten, einen Swimmingpool, eine Sauna. Das dürfen wir doch verlangen. Ich möchte die besten Ski, die besten Skates, das beste Bike, das beste Handy. Das hat heute jeder. Ich möchte gut essen und zweimal im Jahr will ich auf Urlaub fahren. Bitte! Ich will, dass mein Leben ein einziger riesiger Werbeblock ist und dann will ich dort umfallen. Was und dann? Was? Kommen Sie mir jetzt mit den Himmel? Ach, bitte jetzt ist es im Tierisch. Wollen Sie mich missionieren? Gut. Entschuldige, wo leben Sie? Wir sind im 21. Jahrhundert. Und dann gibt es nicht. Und dann gibt es nicht. Nein. Nein. Schauen Sie, wir sind aus Wasser und Kunststoff. Das ist Chemie. Mein Gesicht ist eine Vereinbarung von Atomen. Gold ist Gold, Punkt aus Amen. Das muss so sein, ja.